So, damit du nicht runterfällst, ich versuche dich zu fangen. Moment, 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 ich muss weg, ich muss nicht loslassen, den muss ich loslassen. Jetzt schaue ich nach oben und nehmt den nicht bereit, so, so und jetzt nach oben. Möchtest du doch klappen, wenn du das auch noch machen wirst, jawohl, und zack, Popo rumdrehen und alle unten. So, einen haben wir schon mal gerettet. Oh, viele, viele, bei Schier sieht es auch gut aus. Ich trzeh' jedes Mal, die fällt wieder nach vorne, auch wieder runter. Loslassen. Nein, ich traue mich. Ja, 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 äh, 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 äh. Super. So, einer links, einer rechts, dann fangen wir sie hier auf. Wie, jetzt auf den Wagen springen? Genau, erstmal locker flockig auf den Wagen und dann schön hier rüber. Ja, guck mal, habe ich perfekt gestanden oder habe ich perfekt gestanden? Eine Laola-Welle, juhu! Seid ihr noch da? Ja. Ich muss irgendwie einen Ladekarten organisieren. Oh, okay. Noch elf Prozent. Ah ja. Dann mach das. Ich gehe mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Hallo, jemand da? Nee. Ich wollte gerade... Oh, war die Tonne. Brauchen wir die? Hier sind lauter Stöcke oder so. Oh. Ich kann doch an meinem Computer das einstecken oder... Ja, eigentlich schon. Das lädt dann auch. Das lädt auch langsamer, aber es lädt auf jeden Fall. Ja, zumindest ist der Tod heraus, gibt es den Wagen. Wo müssen wir eigentlich hin? Darüber. Da kommst du aber nicht so rüber. Es laden. Perfekt. Schön. Jetzt wird's interessant. Das heißt, wenn ich jetzt runterfahren, muss ich da oben wieder hochladen. Nein. Das ist... Ich hab'n Haken. Nein. Ja, und den Haken brauchst du, um da rüber zu kommen. Schade. So. Scheint wirklich so. Oh, wie soll man da rüberkommen und... Das Fass liegt im Weg. Ich dachte, das Fass brauchen wir vielleicht, aber... Das Fass würde ich nehmen. Wenn wir das... Wenn wir das Fass am Ende von der Treppe hinstellen, dann könnte man doch zwischen zwei Zeichen Mauer, Vorsprung hochklettern. Das wäre ne Alternative, um es mal auszuprobieren. Wenn wir das nochmal hingestellt bekommen hier. Äh, stimmt. Komm her, Fass. Komm her, Fass. Komm her, Fass. So, jetzt schnappen. Das sieht aus. Rückwärts gehen. Einmal aufzuschauen, oder wie nein? Äh, äh, äh. Ja, ist schon arschschwer, das hier hochzuziehen. Oh, 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 oh. Nein! Da war das ganze Fass weg. Ja, er steht da jetzt wieder. Aber am einfachsten ist es tatsächlich... Mein Arm. Aua, aua. Ah, 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 ah. So. Mit dem Haken. Mit dem Haken? Mhm. Mit dem Haken Anlauf nehmen, so, dass man da drüben sich einhängt und rüberschwingt. Das ist der eigentliche Plan. Ich weiß nur noch nicht, äh... Na gut, wahrscheinlich fällt der im Normalfall runter, so dass, äh, die anderen das auch machen können. Oh, shit, den Haken war noch richtig rum. Wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich auch noch Voraussetzung. Ich schreck mich ein bisschen. Bitte? Oh, 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 oh. Ich schreit. Ich ahne Schlimmes. Ja. Au! So, ist er auf jeden Fall schon mal verkehrt. Das wird nix. Das sieht aus. Äh! Ich hänge. Ja, bleib hängen. Nee, kann ich nicht schlurlaufen. Aber wenn, wenn ihr das Ding mal runterschubst, irgendwie... Ich könnte's ja... Ich könnte's ja mal... Aha. Versuchen. Oh, nein! Das war so gut schon eigentlich. Aua! Oh! 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 So, jetzt hab ich ne richtig rum. Mit Anlauf. Und Schwung. Jetzt darf ich nicht zu doll Schwung machen, sonst fliege ich nämlich auch runter. Nein, 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 nein! Ich will hier nicht. Ich will nicht runterfallen. Ach, geschafft. Problem ist nur, der Haken hängt da jetzt, ne? Entweder versucht, da ran zu springen an das Teil, oder ihr schafft es, den wieder runterzuschubsen. Da häng' ich ja viel zu hoch. Oh, gut! Auch nicht schlecht. Lass dich sterben! Lass dich sterben! Lass dich sterben! Du kommst dann auf der anderen Seite an. So, jetzt würd' ich gern noch mal wissen, was das hier für'n Trick war. Irgendwie... Plumps. Aber... Oh, ich bin voll aufs Gemick. Hörst du mich ja auch noch nicht zu liegen? Ja, doch. Ist immer noch ganz okay. Ganz okay? Ja. Das Brett runtergefallen? Ne, nur fast. Ich bin im Hamsterrad. Okay, dann geh' ich mal auf den Stein. Kannst mich... Aber was macht man in diesem Hamsterrad? Laufen. Ja, da passiert aber nichts. Bewegt sich noch. Dann in die andere Richtung. Komm, mein kleiner Hamster. Kleiner Goldhamster. Ne, passiert nichts. Ranhäng' Ich hab' ich... Ja, ich hab' probiert. Ja, es dreht sich. Ja? Hm. Nein, ich hab' der... Dann muss ich mich ja einmal loslassen. Ich hab' die... Ich hab' die... Ich hab' die... Ich hab' die... Ja. Ja. Fängt an sich zu bewegen. Dreht sich nicht? Ne. Ist hier. Ich hab' den Morgen gekauft. Was? Ja. Okay. 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 Nein. Das wird so nix. Ne, du musst auch richtig immer Hamsterrad drin laufen. Guck' mal, jetzt dreht sich's doch. Immer weiter, immer weiter. Jawohl, genau so. Weiter, 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 weiter. In oben. So, jetzt versuch' ich euch mal das Brettchen hier... Ich weiß halt bis heute noch nicht, wie das wirklich funktionieren soll, ne? Hier haben wir beim letzten Mal schon so komisch geredet, weil das olle Brett runtergefallen ist. Komplett. Oh, nein, 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 nein! Aua! Alles ist so, okay? So war's nicht geplant. Wir müssen den da klicken. Da oben rauf. Ah, ich... Aua! Platsch. Und ich überleg' gerade, der Haken könnte dafür sein, dass wir den vielleicht an das Seil festmachen sollen. Das man sich da irgendwie dran hochhangeln kann. Das ist ein Saal. Ja. Ne, so, dann fällt der gleich runter. Da oben rauf. Da unten rauf. Oh. Oh. Uh. Und hier taing... ... 수�oon, Los, Undo. Oh. Hold' statues. So, in etwa habe ich mir das vorgestellt. Aber dann ist der Haken mit weg, ne? Das bringt einen jetzt ja auch nicht unbedingt weiter. Ja, das mit dem Brett, das haben wir beim letzten Mal auch ewig lange hin und her probiert. Oder der Haken ist halt einfach, um das Brett irgendwie da wieder hochzubekommen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, wo ich ihn wieder abhaben will, geht er nicht mehr ab. Das starke ist er schon. Stark ist er auf jeden Fall. Das sieht aus. Da macht doch, da macht doch, da macht doch überhaupt keine, wie nennt man das, na, Berufsgenossenschaft mit. Das Brett könnte natürlich, also diese Wölbung, diese Wölbung hier, warte mal. Äh, ich habe da gerade eine Idee. Wir müssen, glaube ich, das Brettchen, hier, ist das lang genug? Äh, guck mal, wir haben hier, hier nämlich eine schöne Kante, wo das Brett anliegen kann. Oder ihr lasst euch einfach sterben und dann seid ihr auf meiner Seite. Nein, so einfach machen wir das nicht. So, ich, äh, ich fahre den nochmal ganz runter. So. Jetzt liegt der Stein drauf und wir kriegen es nicht mehr bewegt, oder? Okay, der ist zu schwer. Der ist, ja, vor allem, wenn, wenn er hier auf dem, ja gut, dann nochmal ein bisschen hoch. Ich bin, ich bin am Laufen. Jo, andere Richtung. Muss ich. Genau, da lang. Muss ich hier lang. Alles klar. Scheiße. So. Jetzt kann er runter. Okay. Er kommt runter. Jetzt komme ich auch nicht weiter. Du bist da oben bei der Rutsche, ne? Ja, unterhalb der Rutsche. Mir fehlt das Fass. Äh, aua, mein Kopf. Das sind gute Übungen hier. Kriegst du den Stein noch ein bisschen runter? Ja. Gut. So sieht das gut aus. Bist dich hier nochmal mit meinem Schädel raus? Sehr schön. Ich glaube, das könnte so passen. Weil, ganz ehrlich, diese Kante da im Stein, die ist nicht umsonst da. Ja, das ist wie so ein Hautanschlag. Ganz, ganz, kümmer. Und jetzt fahren wir den mal langsam hoch. Ja. Sieht gar nicht schlecht aus. Stopp. Nein. Nein. Aber der Plan war gut. Der Plan und irgendwas hat die Stange hier auch noch auf sich. Ich glaube, ich weiß, was die Stange auf sich hat. Damit können wir den Stein irgendwie stabilisieren mit Sicherheit. Dass der nicht mehr wegkippt. Genau. Bist du da unter? Nee. Der läuft aber geknickt rum. So. Der fällt irgendwie ein bisschen steh von oben. Aua, 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 aua. Ich muss hier raus. Aus der Ecke. So. Jetzt ist nur die Frage, wohin mit dem Stäbchen, dass das auf was bringt. Vielleicht mit unter das Brett legen. Quasi jetzt hier nochmal rumziehen und dann das Brett drauf. Oder auf Gegengericht. Aber das ist zu leicht, denke ich mir, oder? Ich glaube auch. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Wenn jetzt das Brett hier drauf liegt. Ständig hänge ich unter dem blöden Brett fest. Ich hatte es da eben schon drauf. So. Jetzt aber. Ja, den Stein geht es trotzdem vorne wieder runter. Aber vielleicht fällt das Brett dann nicht mehr, weil die Stange drunter liegt. Weißt du? Als, 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 als Verlängerung. Ja, äh, äh, äh. Jetzt ist die Stange auch noch wieder verrutscht. Shit. Das Fass da hinten tanzt doch, oder? Tanzt das Fass? Wieso sollt ihr das, hä? Oh. Ja, das bewegt sich. Das schaukelt. Ja, ja. Ich dachte schon jetzt. Jetzt geht es bei mir los. Hey. Shit. So. Jetzt das Brett hier wieder rauskrabüseln. Irgendwie müssen wir hier ja weiterkommen. Jetzt schnapp ich mir das Brett. Oh. So. Sieht gut aus. So in etwa, oder? Stopp, nicht belegen. Gut. Versuchen wir es mal. Wenn ich in den Hamsterkäfig reinkomme. Ich versuche auch schön langsam zu machen. Reicht das? So, mehr laufe ich nicht. Mit der Stange. Was ist das? Kann es sein, dass man mit der Stange dieses Rad püchieren kann? Die Frage ist halt, ich hätte es auf jeden Fall wieder runtergefallen, wie kommt der letzte hoch. Einer muss ja irgendwie das Ding andrehen und ab einer gewissen Höhe kommst du hier nicht mehr ran. Es ist mir ein gottverdammtes Rätsel. Bis manchen ist der Hammer. Oh. Jetzt zieht der Stein da wieder drauf. Ja, okay. Ich sag mal, so kommt der Stein auch immer wieder. Bis wir irgendwann, ja, die richtige Höhe haben. Die Stange kippt irgendwann ab einer gewissen Höhe einfach weg. Die hält gar nix. Nimm mich auch vor mich. Geh weiter. Ich weiß nicht, wie wir hier hoch... Also beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, unkonventionell geschafft. Wir sind auch kurz, um es so unkonventionell was zu schaffen. Es ist aber auch einfach verdammt knifflig hier. Oh, mein Handy lädt. Es hat schon 5% mehr. Ey. Ich habe keine Idee. Wir gehen die Ideen gerade aus. Wir haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, dass wir sterben und hoffen, dass wir bei Shia oben rauskommen. Oder wir knobeln hier weiter. Ich bin schon mal gestorben. Bin hier. Okay. Aber mich würde es echt nixieren, was die sich hierbei gedacht haben. Wie das gehen soll. Man kann bestimmt dieses Rad hier blockieren damit. Wenn die eine gewisse Höhe hat. Und dieses Brett hier so schräg ran. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Ich glaube, man kann, wenn man auf dem Stein steht, mit der Stange das Rad drehen. Wenn man raufkommt. Überlauflich. Ich glaube, man muss das zusehen. Es kommt kein Gewitter mit so einer langen Metallstange. Jetzt hänge ich hier am Seil oder was? Da sieht es so cool aus. So, auf ein neues. Pferd die Stange. Verdammt, man rutscht ja jedes Mal runter. Das ist doof. Ich springe jetzt in den Tod. Ich will das nicht rausfinden. Das ist mir zu kompliziert. Und Flachkörper. Plumps. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt kannst du die ganze Nummer von oben mal betrachten. Das macht es aber auch nicht besser. Ja, super. Ja, jetzt müssen wir... Das ist lustig. Hier müssen wir rutschen. Ist das Fass schon drüben? Das wackelt doch da oben rum. Ne, hier oben steht auch noch ein Fass. Das muss man drüber. Lass uns das Fass runter ran. Ist das geil. Jetzt kommt es nicht an. Ne. Sorry. Und Abmarsch. Ist das geil. Angekommen? Perfekt. Und rutschen. Und auch abspringen. Ah. Oh. Ich. Ich schaff's nicht. Oh, ich bin weit geflogen. Au. Und auf meinen Kopf. Au. Ja. Ja, fühlen wir solche Spiele. Das ist toll. Ja, man muss sich auf jeden Fall echt krönen, solche Leute eigentlich. Ja, das ist voll cool. Und. Ja. Oh, gerade so. Also, man kann es so versuchen. Oder man versucht es auch hinzustellen. Ich neb's fast. Ja, wir müssen alle drei da hoch, auf jeden Fall. Okay. Okay. So. Teamwork. Ladies first. So weit. Chia, warum bist du runtergefallen? Weil ich noch mal rutschen wollte. Achso. Mach dir mal, ich erst gerade. Achso. Ach, du Scheiße. Äh. Ich würde mich eigentlich kauen. Wenn ich so ein Toffee für erst. Äh, im Moment nicht, nee. Gut. Da ist ja schon wieder jemand. Ja. Wollten mich da runter schnitten. Ne, wäre ich nicht für den Schubssehen mehr. Schub sie weg. Nein. 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 Ich will da hoch. Und mich da wieder ins Fenster rein. Nein. Shit. Wenn ich, wenn ich gleich oben bin, hätte ich dich wohl ziehen können. Aber das wäre, hätten wir eine weilige Dauer ab. Oh, nein. Das Fass retten. Nein. Shit. Alles ist doch schwer. Ich schick's dir wieder rüber. Oh mein Gott. Ich hab dich mit dem letzten Finger mit mir festgehalten. Äh, so. Ich fahre nicht. Bist du mal rechts? 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 Passt das so? Muss. Nein. Nein. Bleib hier. Bleib hier. Shit. Achso, nein. Bist du mal rechts? Ich geb dir Zeichen, wo du hin musst. Hm. 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 Oh, schier. Schön auf dem Kopf. Nein, das Fass passiert. Das brauche ich noch. So. Ja, jetzt. Shit, kannst du mich hochziehen? Ja. Ich hab' angetankelt. Und einer schreibt nur hier. Ja, der schreibt allgemein im Chat. Ja. Keine Ahnung, wie das sind. Ja, okay, okay. Dankeschön. Ah. Und Schia ist abgeflogen. Ja, kein Wunder, dass ich so lange Ohren habe. Kommt der rundher? Ja. 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 Ja.